Liebe und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, Episode 2, Hunger und Hilfe. Wir machen direkt weiter, wo wir aufgehört haben und sprechen einmal mit dieser jungen Dame. Katja! Klaro! Ihm würde noch was anderes fehlen. Hätten wir es nicht gemacht. Es ist die Apokalypse, was erwartest du? Kein Problem. Alles klar, Katja. Ich will sie Carla nennen, ich weiß nicht wieso. Dü-dü-dü, dü-dü-dü. Machen wir ihn eigentlich Schießtraining? Ich meine, wir haben zwar nur eine Waffe. Oh, der ist jemand schwach. Halt die Schnauze, Larry! Eigentlich allein dafür kriegst du kein Essen. Mal, komm her. Ich kenn dich zwar nicht, aber du kriegst was. Äh, du kriegst das Stück Dörrfleisch. Dankeschön, Lee. Nehmt du keine Hilfe mit dem Wohl? Nein. Eigentlich, wir können deine Axt nutzen. Du mindest, wenn wir ihn nehmen? Ja. Ja, gib uns das Ding für ein bisschen. Eigentlich will ich die Axt Mark geben. Aber dann wird Larry uns wieder Vorwürfe machen. Eigentlich müssen wir uns auch versuchen, des Gruppenfriedens willen ihm die zu geben. Mark, es tut mir leid. Aber du hast das Essen bekommen, nimm es mir nicht übel. Boah, halt die Schnauze. Also, ich hätt's ihm Mark geben sollen. Also, ich hätt's ihm Mark geben sollen. Ähm. Machst du bitte nochmal, Larry. Das ist kein Hammer, das weißt du, ja? Oh, Mann, ey. Oh, ein Ball. Ach, immerhin. Oh. Ja. Klaro. So, also, den Bein geben wir auf jeden Fall essen. So, Clem, komm her. Wir müssen noch gucken, wo du deinen Hut zuletzt verloren hast, eigentlich. Hey, Clem, du brauchst was essen. Äh, du kriegst den halben Apfel, oder? Krieg ich ja Käse. Ähm. Ja, komm. Du kriegst den halben Apfel, Liebes. No. Tut mir leid, Liebes. So. Es ist noch zweimal was zu essen da. Komm her, Duck. Der Gesichtsausdruck. Oh, echt genial. Komm her, du kriegst Kekre- Cracker und Käse. Oh, mein Gott. Ja, hau rein, Großer. Wir geben das letzte bisschen Nahrung hier an. Ja, außerdem können wir so ihr da oben beweisen, dass wir keine Favoriten machen, also. Ach, Larry, komm her. Naja, jetzt geh uns bitte nicht mehr auf die Nerven, alter Sack. Nie behauptet? Tut mir leid, Kelly. Lee, Kenny, I know I ran out of food before... Hey, it was a tough choice, but you took care of the kids. That's what a real man does. Natürlich, Kinder gehen vor, Kenny. Ach. Na, vielleicht. Das nächste Mal kriegst du, Kenny. Jo, wir kommen. Was können wir tun? Ach, verstandlich, Kenny. Mal lassen erst mal ein bisschen. Äh. Seinen Wut abrätten. Yay. Aha, aha. Vielleicht kann einer bei mir. Oh, was? Natürlich! Buttons-washing! Buttons-washing! Hey! Oh Gott. Hey, das ist... Bewegt deinen Kopf! Na. Oh. Heike! Natürlich! Natürlich! Oh, oh Gott. Fuck! Nein! Nein! Ich benutze ihn! Ich benutze ihn! Ich benutze ihn! Wow! Ich habe mich bewegt! Verdammt nochmal! Sie ist tot! Klasse! Ja! Wieder! 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 Was denn? Huch! Wirst du schlafen! Nochmal.. Nein! Ich lasse es! Aus! Die f.. Jeeeeiihiiihihihihait!! Wir haben dir die Axt gegeben und essen, jetzt halt mal die Schnauze, Penner, ey. Was ist das? Was ist das? Scheiße. Sie sind alle infekten? Alle? Ich glaube so. Ich weiß nicht. All ich weiß ist, dass ich Leute schreien, die ich weiß, dass sie niemals gebeten wurden. Als ich das erste Mal gesehen habe, wir waren alle in einem Gym, und alle denken, dass wir endlich sicher sind. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, glaube ich? Ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat ein paar Pille. Einige von ihnen. Was? 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 Nein. 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 Lass uns einfach hier bleiben. Ich traue dir nicht, ich traue dich. Nein. Nein. Lass uns einfach hier bleiben. Aber ich trau den Typen nicht. Wer bietet sowas freiwillig an? Schnauze alter Mann. Auf einer Malkerei. Auf einer Malkerei. Ui, I'm very hungry. Oh man. Yay. Freude. Nein. Aha. Sag das mal Larry. Äh, Larry weiß es. Nope. Sie hat dich gefragt. Ach, du weißt was geschah. Ich weiß, was passiert. Ich weiß nur was die Presse sagt. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich weiß nicht, was ich mit der Gruppe über das Thema sprechen. Du musst nicht. Was, was passiert bevor es zu hell ging, gehts nicht mehr. Ich bin nicht sicher, dass jeder das so sieht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hm. Well that place seemed better days, huh? You can say that again. Y'all seem pretty settled in at that motor end. Who's running things over there? Hm. Hm. Demokratie. Na, no. Oh. Sind das die aus dem? Ist da Forscher? Oh, shit. Fuck you! You knew we were hungry! And you guys will keep it off of yourself! Oh no, there's a lot more. Yeah, you know what? We ate it all! What are you gonna fucking do about it? Don't worry. Danny and I got you covered if something happens. But let's just wait this out and hope they move on. Fuck you! Alter! Fuck you! Fuck you! Jesus! Asshole! The world out here has gone to shit. Come on, let's get to the dairy where it's safe. Ach ja! Warum looten wir den eigentlich nicht? Mal so als Frage. Wir warten einen Moment und dann schauen wir, was der Typ bei sich hat. Ich meine, zumindest die Kleidung wäre nicht schlecht für Wintermonate. Hm. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Season 1 Episode 2. Hunger und Hilfe. Und ich möchte einmal kurz, bevor wir anfangen, in die Einstellung gucken. Einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, dass die Audios, also die Musik und Stimmen und so weiter alle noch ein bisschen laut waren. Äh, ja. Machen wir Musik mal drei. Ich hoffe, das wird so in Ordnung sein. So. So. Genau. Das alles andere ist soweit in Ordnung. Und ja. Ich würde sagen... Ich... Ja doch. Ist... Der hier. Müssen wir kopieren. Genau. Einmal dahin kopieren. Jawohl. Ja, möchte ich. Dankeschön. Und dann legen wir auch sofort weiter los. Genau. Episode 2 Hunger und Hilfe mit diesem wundertollen Bild. Wirklich sehr, sehr schön. Und ja. Schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Ah, eine Cutscene wieder. Genau. Genau. Äh, die Kinder dürfen nicht in die Nähe des Zauns. Äh, die Kinder dürfen nicht in die Nähe des Zauns. Das Ort sieht nicht enttäuscht. Du wirst nie wissen, dass der Rest der Welt in Ruins ist. Es ist wert, dass es sich in der Ruins geschützt wird. Ich habe es gesehen, dass ihr mit der Firma kommt. Guys, das ist unsere Mata. Ich bin Brenda St. John und willkommen zu der St. John Dairy. Das hier ist Lee. Er hat sich dort in der alten Motel, um die Weg zu leben. Sie haben ein paar andere Freunde, in der alten Motel. Oh mein Gott, das Ort ist ziemlich vulnerable. Äh, wir arbeiten zusammen. Das hat mir letztes Mal auch gesagt. Äh, gilt das Angebot auch für den Rest von uns. Verrate es nicht, Mark, bitte. Wir haben die Leute gerade erst getroffen. Vielleicht können unsere ganze Gruppe kommen. Für den Tag. Na, wie geht's das? Y'all go get your veterinärer, friend, und ich preparei ein Essen. Ein großer Feest für alle, die Hungry-Souls. Es wäre toll, haben die Leute zu helfen hier wiederholen. Danny, warum nicht ich mich helfen in der Küche? Yay. Warum nicht ich zurück mit dem Essen und alle für die Reise hierher kommen? Ich möchte jemanden mit dir nehmen. Remember, diese Räume können sehr gefährlich sein. Ich kann mich selbst. Sie hat eine Pistole. Mark! Oh ja, passt auf, dass ihr nicht gebissen werdet. Äh, wir sorgen wieder dafür, dass es hier sicher ist. Wir müssen an Clamp denken. Wir müssen uns herausfinden, ob das Land ist als sicher ist, wie sie uns sagen können. Genau. Obwohl, sie denken, es ist sicher. Aber ist es sicher genug für die Kinder? Ich habe ein Bögen gebeten, über da. Nicht ein Problem, aber vielleicht gibt es andere Dinge nicht, die wir einfach nicht sehen können. Und die Verwertung der Begeber ist ein guter Weg, um zu sehen, an ihre Begeber. Okay, ich werde meine Augen öffnen, und du findest, was du von Andy kannst. Und sie laufen halt auch Gefahr, Banditen zu begegnen, anderen Überlebenden, die vielleicht nicht so freundlich sind, und alles, und... keine Ahnung. Äh, darf ich versuchen, sie zu reparieren? Möchtest du, wenn ich es fixe? Ja, das wäre großartig. Mama sicher empfiehlt, euch alle zu helfen. Es sieht aus, es braucht nur ein neues Bord für das Seat und etwas Rücken. Möchtest es für Clem und Duck, und lasst den St. Johns wissen, dass wir hier unsere Wettbewerb ziehen können. Wie, äh, spitze Pfähle zu machen. Hm. Und die halt aufzustellen, und die dann kkkkkk dran krepieren. Ja, das ist spitz. Was haben wir hier? Den elektrischen Zaun. Ja, das stimmt wohl. Oh, können wir hier... Ja, ich glaube, die haben wir gefunden. Ja, wir sind schon dabei, zu reparieren. Müssen ja einen guten Eindruck machen, ne? Hast du dir das Brett jetzt in die Hose gestopft? Ernsthaft, Lee? Trag's doch einfach so. Ich muss den erstmal angucken, bevor ich hier mit dem Hansfuß rede. Na sowas. Was ein Zufall. Gute Info. Können wir auch mit dir quatschen? Äh, uns kann keiner was. Äh, sind wir die ersten Gäste hier? Ja, lassen sich das mal merken. Besser, wenn er denkt, dass jeder von uns ne Waffe hat. Wird er hoffentlich weniger... auf Ideen kommen. Äh, du hast ja auch schon, dass so andere Überlebende auf der Farm waren. Der Zaun hält die Walker auf. Ich habe einen Stoff zum den Wald gesagt. Ich habe einen Stoff über Monthly gesehen. Ich bin ein Schleifender. wahren Menschen, die so unterwegs sind. Wird es schwer. Oder wir machen zurück und видели? Was man sich nicht mehr wohnen? Wir haben diverser Handlung. Wir müssen nur noch stark und zu reinigen für mehr Embraten. Aber sie arbeiten zusammen. Wie wir haben immer zusammen, um das Verw Shaw solange? Wie wir uns? Äh, da sind wir? Äh, da sind wir hier, oder? Wir haben die Zufall, ich meine Zimmer zu helfen. Ich weiß, wir müssen noch helfen, ob es zu vernehmen. Alles klar. Machen wir. Können wir uns vielleicht noch ein bisschen umgucken. Ich wollte doch noch die Schaukel reparieren, verdammt. Man, hätte ich das eher gemacht, aber naja, was soll's. Kommen wir bestimmt noch Gelegenheit zu. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Standbild. Juhu. Wird dann nicht irgendwie infiziert, der Vogel? So Resident Evil-like? Ähm, verankelt. Können wir vielleicht erstmal auf Nummer sicher gehen? Andi said, when this fence is working, the walkers go up like a tree branch on a power line. If those lights are out, that means the fence is off, right? It better be. Sollte es besser, ja. Who do you think he was? Äh, vielleicht ein Farbenarbeiter. Maybe a farm hair. I don't know. I hope he wasn't like this long before the fence finished him off. So, dann schieben wir ihn mal weg. Juhu. Dürfen wir ihn zerhatschen? Ah. Natürlich erst der Pfeil. Wo auch immer der herkommt. So, und jetzt ein großer Schubs und weg mit ihm. Es sei denn. Unbeziehen hat es keinen Zweck, genau. Ja, genau. Ja, trotzdem. Sie zögern das Unvermeidbare nur heraus. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass es ein Safehaven gibt in einer Zombie-Apokalypse. Uh. Hartnäckiger Kerl. Eww. Oder Frau? Ich weiß es nicht. Ah, eine Lady. Ups. Und ab mit der Hand. Und ab mit. Na, verkokelte Leiche halt. Kein Ding. Und die Kinder haben ja auch was gegessen. Wir werden später fragen. Ach, wenn nicht nur. Oh. Wow. Hallo. Ja, ja, ja. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Irgendwas wird da jetzt passieren. Vielleicht erwacht er zum Leben. A drücken, A drücken. Buttonswashing. Hep, 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 hep. Uh. Wollt der raus? Ich meine, guck mal. Oh. Was für eine Vereinbarung, hallo? Was für eine Vereinbarung, hallo? Oh. Äh. Lass mich mal schauen. Was haben wir hier? Schnauze. Schnauze. Oh. Was soll das denn? Hey. Hör den mal auf. Oh, wegziehen, 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 wegziehen. Oh. Oh, klasse. Jetzt müssen wir noch auffassen. Alter. Tja. Wir haben die Johns bitte schon angepisst. Entschuldigung für meine Wortwahl. Oh. Wo kommt ihr hier? Neu. Was ist das denn? It's one of the dead we pushed down earlier. Nein. Das keiner den hier, äh, weggezogen haben, das wüsste ich. Das geht anders los. Ah, mach mal. Ich hoffe, das hat keiner Arterie. Natürlich ist da noch einer! Keiner Arterie getroffen. Die war mir jetzt eine gar nicht mehr! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwann wird einer von denen zum Leben anwarten, ich sag's euch. Oh! Oh, 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 oh! Nein, 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 nein! Aus! Böser Zombie! Lass mich! Ich drücke A, ich drücke A-Button-Smash-AC! Oh Gott, oh Gott, oh! Oh, was? Warum? Nein! Böser Zombie danke, auch wenn's unbeabsichtigt war. Natürlich! Und ja, was denkt ihr denn? Warum verfolgt ihr uns nicht? Ich mein, das Tor ist auf, in manchen Fragen, aber hey, ich will mich nicht beschweren. Was verheimlicht ihr uns, Drecksäcke? Hallo? Pfeil? Äh... Hint halt. Nein! Jetzt! Ihr wusstet von denen? Ich mein, okay, wir haben welche gesehen, aber... Er ist einfach nur merkwürdig. Ich hoffe... Ja, hoffe ich... Ja. Mhm. Natürlich! Warum habt ihr uns da nichts von gesagt? Mhm. Sieht man. Ja. Ah, das ist nicht so sicher wie wir den Lappen sind. Ja. 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 Ah, fuck. Ich wollte die machen! Ich wollte die machen. Man, oh, hätte ich die doch eher gemacht. Verdammt. Also gut, die Typen hatten einen Deal mit diesen Banditen. Und hatten nichts davon gesagt, hatten auch nicht die Idee, dass irgendwie die Stichkrieg könnte. Absolut. Definitiv immer das. Würde sich bestimmt freuen. Böse Normalität wieder. Ähm... Wie findest du die Molkerei? Oder nee, wie geht es dir erstmal? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? Get lucky out there. It would have been a lot worse. Ja, definitiv. Are you going to find people who hurt Mark? We have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky too. Aww. Since I met you, I've had good luck. So don't worry. Aww. Äh, wie findest du die Molkerei? What do you think of the dare? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things will ever get back to how they worked? Äh, ich bin mir nicht sicher. Ist schwer zu sagen. I hope so. I hope so too. Kommt halt auch drauf an, wie viele Leute überleben, sich gegenseitig killen. Aber wir sind hier erstmal sicher. Vielleicht. Das war noch nicht mal fünf Minuten. Hm. Hm. Äh, dann. Hey, Kenny. Wie er da jetzt einmal extra rum geht. Süß. Hm. Alles klar wird gemacht, Kenny. Äh. Deine Familie hat es gut her geschafft. Wie geht's dir so? Was ist das? Lilly will nicht hier sein Ich werde nicht Partei ergreifen. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Trotzdem, ich möchte nicht Dinge verpassen, nur weil ich jetzt unbedingt die Hauptstory weitermachen möchte. Ich meine... Allein die Schaukel reicht mir schon, dass ich das verpasst habe, Mann. So, Ansehen, Steckdose. Mal gucken, haben wir uns das schon angesehen oder noch nicht? Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken einfach mal. Ja. Trotzdem ziemlich beeindruckend. Ich weiß, dass ich das nicht könnte. Da ist der Generator. Ist hier noch irgendwas? Oh, da sind die beiden. Da. Gehen wir doch mal hin und quatschen. Bitte Aufdrücken machen. Dankeschön. Sehr gut, Lee. So, dann. Was haben wir hier? Die wohl höchstwahrscheinlich im Stall sein wird. Kamera. Hier. Hallo Arschloch vom Dienst. Hallo, Lilly. Wie geht's? Hoffen wir das. Hoffen wir das. Natürlich hast du das. Hallo, wir wollten's nicht. Äh... Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Sehr gut Deutsch. Ich bin sicher. Ich bin ja. Ich bin da. Ja. Ich bin da. Ich bin ja. Ich bin ja. Mach's einfach zusammen, verdammt nochmal. Arbeite doch einfach zusammen, ihr zwei. Ähm, was deinen Vater angeht. Wann muss das machen? Nein, Larry, wir flirten nicht mit ihr. Keine Sorgen. Äh, behandelt er dich auch so? Zeigen wir ihm Interesse. Ich bin wert, ich bin wert. Ich bin wert, ich bin wert, ich bin wert, ich bin wert. All he's got left in the world is me. That goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. Don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Ja, gut. Macht irgendwo Sinn, aber trotzdem ist es scheiße. Äh, glaubst du, das wäre eine gute Idee? Ach, halt die Schnauze. Da stimme ich zu. Was hältst du davon, das Mortal zu verlassen? Ihr wollt es gehen. Ja, ist ja nicht so, als würdest du das machen, Larry, ne? Ja, aber wie sie uns jetzt hier immer beschuldigen, so von wegen, ja, warum sind wir nicht hingegangen, Lee? Was sollte das? Das wäre eine doofe Idee. Wir wollten es nicht. Wir wollten das nicht. Ihr wolltet alle unbedingt. Aber ja, schiebt es in unsere Schuhe, natürlich. Sind ja der Protagonist, kann man es mal machen. So, ist hier noch irgendwas? Nein. Können wir aber vielleicht da rein? Wäre ziemlich cool. Ich meine, in der Scheune haben wir ja schon mal geschlafen, ne? Bei Herschel, von daher. Oh, einmal bitte aufmachen, Lee. Dankeschön. Den Generator. Da haben wir schon gesehen. Oh, das ist bestimmt das mit dem, also Spitz, ne? Mal eben schauen. Ja. Könnte man jemanden aufspießen? Oder ein Zombie? Im Notfall. Oh, wir können hoch, dann machen wir es nochmal. Hi, Jungs. Dankeschön. Wir sehen, was sie mit deinem Freund getan haben. Niemand ist sicher hier, bis wir uns wiederholen. Aber wie? Die zwei von uns müssen raus und machen ein paar Recon. Dann werden wir alle auf ein paar Revenge gehen. Hell, ja. Wer sind diese Leute in den Wald? Wir wissen nicht. Ich denke, dass einige von ihnen gearbeitet haben, die Big Box auf dem Weg. Wir haben viel Geld. Ja. Insofern, sie sind alle schrecklich, und sie sind schrecklich, wenn sie hungrig sind. Also, sind Sie bereit, um zu gehen und finden ihre Campen? Ja, gehen wir mal. Ich glaube, es gibt nichts, was wir dann noch machen können. Dann werden wir mal schaukeln und und und. Und wir haben aber noch nicht Clems' Hut. Oh Mann. Sonst wäre Cappy. Bleib bei Kenny. Oder Lily. Nicht, äh, bei diesen Farmern hier. Ich trau ihn nicht. Bleib immer da, wo die anderen nicht sehen können, okay? Sehr gut. Werden wir uns jetzt zu killen? Warum gehen wir eigentlich vor? Kann er das nicht machen? Er kennt sich ja besser aus. Hm. Oh. Super. Wie's aussieht. Yay? Müssen wir jetzt wieder leise sein. Oh. Sieht verlassen aus. Kann ich nicht sagen. Okay. Viel Erfolg. Okay. Viel Erfolg. Nichts. Mhm. Dann schauen wir mal. Irgendwann sind wir jetzt alleine gerade. Können wir das machen? Nichts. Was ist da? Okay. Milch. Jetzt haben wir hier eine Feuerstelle. Können wir mal reingucken, Lee. Flaschen noch. Und halt. Safelots. Hm. Ein Einkaufswagen. Was haben wir hier? Woran erkennst du das? Mein lieber. Safelots Kiste. Warte. Schauen wir uns mal an. Hm. Vermutlich nicht. Hm. 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 John Johnson. Milchkarton. Milchkarton. Können wir hier reingucken? Äh. Ist das... Ach, Kamera. Oh. Wieso? Willst du irgendetwas löschen? Wieso? Willst du irgendetwas löschen? Wieso? Willst du irgendetwas löschen? Sehr gut. Lilly, hm? Sieht aus, wie sie diese Demokratie ist. Halt die Schnauze, blöd, Mann. Mal gucken wir uns... Nein! Ich wollte den Einkaufswagen! Einkaufswagen angucken. Danke. Hm. So, aber ihr Lieben, bevor wir jetzt weitermachen, werde ich einmal kurz auf Start drücken. Und die Aufnahme kurz unterbrechen. Ne? 34 Minuten. Ich denke, das ist eine gute Zeit und ich weiß ja, was gleich kommt. Deswegen möchte ich da auf Nummer sicher gehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, eure Miss Nanu Nana. Bye-bye!